Hi Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja wir sind jetzt beim achten Rennen der zweiten Saison beim großen Prinz von Arnabetschan. Wenn ich mich nicht irre und bevor wir mit dem Video beginnen muss ich was ganz 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 trauriges sagen und zwar gerade also ihr werdet das Video feindlich am nächsten woche irgendwann sehen jetzt ist gerade der fünfte august und ja wie soll ich sagen ihr kennt doch mein Kaninchen und das ist heute eben am fünften achten um so ungefähr 18 Uhr oder so irgendwie ist er heute oder ne 19 Uhr ungefähr ist er heute gestorben ihr könnt euch vorstellen wie komplett frustriert ich bin und alles was man da sonst sagen kann deswegen mache ich überhaupt noch ein Video so spät abends vielleicht lenkt mich das ab keine ahnung aber ja es ist auf jeden fall krass also wir fahren ja am Sonntag im Urlaub und dadurch mussten wir ihn ja zu einem guten Freund hinbringen sozusagen und alles weil wir ihn ja nicht mitnehmen können dort das ja das geht nicht wir haben ja da keinen Käfig und so wir können ihn ja mitnehmen und so ja und da ist er dort gestorben und da hat mein Freund sozusagen angerufen hat gesagt dass er gestorben ist also ja werde da glaube ich noch ein Video machen aber gut ob ich eine Leiche zeigen sollte weiß ich nicht aber ja damit ihr es auch mal seht also ja ich habe so ein paar Tränen verdrückt auf jeden Fall also gut komm jetzt nicht dran denken bevor ich hier wieder anfange mit Tränen lieber jetzt hier darauf konzentrieren ja gut danke mir an den Ressourcenpunkt irgendwas verballern oh das ist einfach nur krass echt also ich kann es immer noch nicht ich kann es auch nicht für voll nehmen ja das wäre ein großes okay ich kann aber auch viel ab kurz machen aber das ist alles zu teuer noch die haben wir noch am laufen und die wäre zu teuer zu teuer alles zu teuer zu teuer zu teuer zu teuer okay jetzt sprühen mir die Zeit vor und was die Position des Tanks soll ankommen hoffentlich kommt es auch an es kommt an ja und das hat uns vorbei an Alpin gebracht oder Alpin wird doch noch vor uns oder oder will ich mir das jetzt auch kratzen ein ich glaube die waren vor uns ne also minimal jetzt haben wir die dafür durch überholt und theoretisch soll noch was ankommen mal sehen ob es ankommt bevor wir erstmal da jetzt hingehen ja ich weiß wie mit dem Rivalen okay ähm jetzt können wir uns sogar viel ab in eine Einrichtung machen aber wir lassen es noch wir gucken uns erstmal hier vielleicht jetzt können wir was machen auf jeden Fall sogar dann würde ich sagen ja das ist aber immer noch alles zu teuer dann würde ich sagen werden wir doch trotzdem gleich mal hier ein schönes großes machen für den Motor und eine schnelle Entwicklung wäre das aber ne machen wir nicht und dann und das kommt auch an perfekt mindestens das boah hoha jetzt sind wir Alter wie eng ist das Feld da wo zusammen ne das ist unfassbar selbst einfach tauchen das schlechteste Team ist nicht vielmeilen weit weg von uns und allgemein nur Ferrari kann man sagen ist schon ein bisschen weit weg aber sonst wir sind ja so nah dran an Wettboden Mercedes und wieder gleich mit McLaren fast also unglaublich okay weiter und ah okay ich habe eine Sache vergessen die Aktivitäten zu machen gut ist mal so passiert halt wie gesagt ich bin heute auf dem Wind und gerade noch Baku ne gerade so eine Strecke wo ich eh immer kacke bin und gerade da kommt das wenn ich sowieso von durch die Welt bin na gut passiert ok dann würde ich sagen erstes Training mal 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 wenn es mal ein bisschen mehr Glück mit diesen nicht viel Schlagen oder so bisher klappt das ganz gut und für das wird es auch noch klappen und wie ist das klappt ok war doch ein ganz gutes Training ich muss mal überlegen ob ich hier irgendwas wechselt vielleicht keine Ahnung ah das Getriebe könnte man vielleicht wechseln ja das Getriebe wäre schon gut ich will nicht mit Gangproblemen zu tun haben oh weia also sollte ich heute ein bisschen leise reden na so ihr wisst woher das dann kommt hab so ein extra ein bisschen Ton heute leiser gemacht also jetzt beim Fahren werde ich es denke ich dann wieder lauter machen aber jetzt für das Training und alles so hab ich es mir ein bisschen leiser gemacht damit man mich wirklich hört denn ich kann nicht beurteilen ob das es gerade leise ist was ich da sag oder ob das eine angenehme Lautstärke ist ja diese vier Sachen die bitte klappen klappt 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 nicht doch klappt aber jetzt klappt nicht ah jetzt ist es jetzt hat es nicht geklappt aber jetzt klappt es ok ich habe mir immerhin alles ein Trainingsprogramm geschafft ich schüttel hier immer noch mit dem Kopf gerade auch wenn ich hier also ich bin nicht auf dem Fall konzentrieren kann ich schüttel deswegen mit dem Kopf weil ich kann es mir einfach nicht vorstellen dass das heute wirklich passiert ist dass er wirklich heute gestorben ist also ich begreife es einfach noch nicht also man denkt immer erst das ist nur ein Traum und ich wünsche mir aber es wäre auch nur ein Traum meinetwegen ein Albtraum wäre ein Albtraum also ich hätte mir wirklich gewünscht dass es nur ein Albtraum wäre oder war aber leider 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 ist das Realität die traurige Realität aber gut das so ist das Leben halt ne ja kurz und beschissen das ist halt leider so aber gut ich habe ja noch meinen Hund der neu ist das ist halt der Vorteil wenn ich den nicht hätte dann hätte ich jetzt gar keine Ausdien mehr ach komm haben wir das hier noch für das Chassis genau ok und jetzt ah ne noch nicht ok noch nicht das Getriebe werde ich wechseln müssen und ich trafe auch erstmal das geht noch klar das geht auch noch klar das auch das auch 72% bei den beiden geht das gut Energieball würde ich auf jeden Fall noch ein bisschen lassen weil grad der halt nur mit zwei Komponenten der ist grad so abgenutzt die Mutter könnte man vielleicht obwohl nie könnte man auch nicht da haben wir auch nur noch in Freibald der auch schon beim letzten Mal so viel Abnutzung hatte ach komm dann lass ich die mal noch vielleicht klappt es ja mal sehen mit die die der die die Ja gut, wollen wir uns mal in das Drama stürzen. Ah, ich glaube die KI ist heute zu stark, ich hab die bisher die ganze Zeit gleichmäßig vom ersten Rennenverein bis in Monaco, aber ich glaube hier können sie dann auch zu hoch sein einfach. Allgemein ist die jetzt im Lufthansa niedrig gegangen, daher dass halt die KI jetzt zu krass einfach ist. Von 85 KI bin ich auf 65 hier runter gegangen, oder musste runter gehen. Jetzt ist die auch, die ganze Saison ist die da schon und hier in Baku auch gerade, aber ich befürchte leider die ist fast zu stark hier. Aber ich fahr jetzt mal ne Sicherheitsrunde ohne viel Risiko einzugehen. Aber den Schaden hat schon aus, sehr gut. Oh nein. Ja. Gut, dass ich Faden auf hab. Ja. 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 Na gut, ne gute Runde sieht anders aus, trotz halt dem... Äh ja... Und das sieht man auch schon, 1,3 Sekunden Rückstand auf Wepper. Ich wusste, dass es einfach eine Katastrophe heute wird und dass ich die KI einfach zu hoch habe. Obwohl, auch Wepper... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber im ersten Sekunden sieht es noch gar nicht mal so schlecht aus. Zumindest gegen Gasly. Da bin ich sogar schneller. Ja, auch der zweite ist okay, mit 13. langsamer Gasly, aber der letzte bin ich eine Sekunde langsamer. Da habe ich ja mal massiv was falsch gemacht. Aber das ist doch eigentlich nur die letzte Kurve. Ah, okay, ich bin vom Fehler, das ist sogar besser falsch gemacht. Ja, da kann man schon noch viel finden. Ich würde sagen, ich werde auch gelassen, ich mache heute drei Runden. Ich mache heute einfach drei Runden. Weil es, weil es bar cool ist. Da kann man einfach nicht sich auf eine weitere Loser lassen. Ich mache nähe, das ist mir gar nicht aufgefallen. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Boah, was kann man hier nur zu alles finden, wenn man mal über alles fehlerfrei macht. Aber das war immer noch nicht so viel besser, aber trotzdem. Ah! Ja, jetzt war das einfach gekackt. Aber nichtsdestotrotz ist es schon mal bisher eine gute Verbesserung. Ich weiß, obwohl ich noch viel verloren habe. Aber trotzdem ein neunzehntel, damit hätte ich niemals gerechnet, muss ich selbst sagen. Aber so schnell kann man sich mal irren, wenn man doch mal nicht was gut hinbekommt. Wenn man doch nur ne Kackrunde hinbekommt. Das war jetzt auch nicht viel besser gerade, aber gut ist egal. Also wird das noch viel schneller. Und jetzt habe ich hier verloren. Ganz viel. Ja, richtig viel verloren. 1,5 Sekunden. Also so schnell kann man sich irren. Da denke ich noch, das war schon ne gute Runde. Und dann mag ich hier nochmal 1,5 Sekunden schneller. Perfekt. Oh! Na gut, hier noch was verloren hat vor Q2 bis jetzt. Aber es war immer noch deutlich langsamer Mark, oder? Glaube ich. Aber hey komm, das ist doch schon mal ne ganz persönliche Verbesserung. Das deutet darauf hin, dass ich schon mal nicht letzter werden kann, oder? Oh, Mark ist auf der Uhr. Ich bin sogar vor dem... Mark? Stark! Ey, gleich. Zeig gleich mit Fettel. Ja, im ersten Sektor bin ich besser als hier der gute Sepp. Auch im Mittelsektor. Ja, im letzten tut dann bisschen mir was. Ja gut, der letzte halt. Das ist halt so ein bisschen mein Problemsektor. Da nimmt mir das nächste 7 Zehntel ab. Und das ist nur eine Kurve und sozusagen die gerade sonst. Dafür bin ich aber im Mittelsektor. Ah gut, sehen wir mal nicht. Oh! Nein! Aber bitte habe ich das nicht verpennt mit der Zeitnahme. Ich hoffe mal nicht. Es war bitter, man weiß ich es ja zu blöd war gerade. Aber bitte kommt noch frühzeitig rüber. Es war bitter jetzt. Wenn ich das ein bisschen verpennt habe. Ah ne, ne reicht, okay. Hoffentlich wird es so ne gute Runde. Die Runde war auch sehr gut, finde ich. Also ob es da noch mehr drin ist. Das mag ich sogar wirklich nicht fast zu bezweifeln. Wenn nur mit rückeln darf eigentlich noch was drin ist ja noch. Gehe ich einfach mal davon aus zumindest. Boah! Okay, das mache ich dann doch nur einmal. Das war eigentlich ganz gut, aber dann bin ich zu früh im Gas einfach gewesen. Boah! Das darf doch wahr sein. Das habe ich doch jetzt die ganze Zeit immer geschafft. Boah ne, das Auto lenkt aber gar nicht. Das Auto lenkt nicht. Was ist denn das? Das Auto lenkt nicht. Ich habe auch keine Nerven dafür, um mich hier mit Rückblenden ärgern zu müssen. Aber bitter wird bestimmt nicht gereicht damit zu fetzig, oder? Niemals. Wett ich. Ja. Aber Marc ist auch nicht mehr auf der ersten Seite. Oh oh. Oh oh. Ah beide! What? Mit beiden Autos raus. Und ganz ehrlich, 14.000 haben gerade eine 8 PS3 gefehlt. Aber ich schlage ein Marc und das zu. Ohne dass wir noch eine schnelle Runde fahren konnten, weil es zu blöd war die erste Kugel hinzubekommen. Wow. Ja der hat ja nochmal was schlechteres hinbekommen nur. Aber schon eine Enttäuschung. Also ja Baku. Ja Baku kommt. Ne über Baku kann man ja drüber reden. Das Baku ist Kacke. Baku ist Mist. So okay. Das war es erstmal mit dem Video. Wir sehen uns dann nächsten Mal beim Rennen wieder. Und bis zum nächsten Mal. Und tschau.